Heute will ich mal das in meinen Augen perfekte Wanddisplay für eine Smart Home Bedienzentrale vorstellen. Es geht um Hardware, also welches Gerät ist für diese Anwendung am geeignetsten, um Software, also was nutze ich persönlich zur Visualisierung und natürlich um die Montage an sich. Und dazu habe ich mir noch am Schluss ein kleines Upgrade überlegt, das die ganze Sache noch viel smarter macht. Also wenn du sowas hier oder etwas ähnliches für dein Smart Home realisieren willst, dann wird dir dieses Video mit Sicherheit weiterhelfen. Und damit herzlich willkommen bei Go4Smart. Bevor wir starten, würde ich mich aber noch freuen, wenn du diesen Kanal kostenlos abonnierst. Das motiviert mich nämlich, weitere Videos zu diesen oder zu ähnlichen Themen zu erstellen. Und außerdem hat es für dich den Vorteil, keine weiteren Videos zu verpassen. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ich ein Display an meiner Wand platzieren kann, um mein Smart Home zu steuern, wie das Ganze montiert wird und wie es technisch sinnvoll umgesetzt wird. Vor allem aber, welche Komponenten sich dafür am besten eignen und das Ganze natürlich zu einem angemessenen Preis. Und das zeige ich dir jetzt und zwar so, wie du das alles bei dir auch eins zu eins umsetzen kannst. Bevor wir loslegen, aber erstmal ein paar grundsätzliche Gedanken zu diesem Projekt. Also warum überhaupt ein Display an der Wand? Für mich ist ein Smart Home eigentlich erst richtig smart, wenn alles automatisiert abläuft und ich möglichst wenig manuell eingreifen muss, also kein Smartphone oder ähnliches zur Hand nehmen muss. Warum also ein Display an der Wand? Naja, es gibt einige Dinge, die möchte man sich eben doch visualisieren lassen. Zum Beispiel Wetterdaten oder Zustände von Türen, Temperaturen von Räumen oder einfach mal einen Gesamtüberblick über sein Smart Home verschaffen, ob alles in Ordnung ist. Ja und dann will ich vielleicht einfach auch mal von diesen Automatisierungsroutinen abweichen und irgendwas manuell steuern. Und genau dafür habe ich eine Lösung gesucht. Das Naheliegendste ist natürlich erstmal zu schauen, was es so als sozusagen Fertiglösung am Markt gibt. Und ja, bei der ersten Recherche nach fertigen Modulen bin ich relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube ich nicht bereit bin, mehrere hundert Euro für ein Wanddisplay auszugeben, weil das sind so die Preise, die aufgerufen werden. Also habe ich mir überlegt, ob man das Ganze nicht günstig mit einem Raspberry Pi und einem externen Touch-Display umsetzen kann. Das ist auf jeden Fall deutlich günstiger, hat aber auch ein paar Nachteile, die mir dann letztendlich doch nicht so gefallen haben. Insbesondere die Tatsache, dass hier ein festes Display nur für die Darstellung eines Web-Servers genutzt werden soll, also wo ich gar keine große Performance und sowas brauche. Und ja, dass Teil eigentlich für nichts anderes genutzt wird, hat für mich dann doch irgendwie die Frage der Sinnhaftigkeit gestellt. Oder anders ausgedrückt, ich wollte einfach etwas Flexibleres haben. Und da liegt es natürlich auf der Hand, ein Tablet zu nutzen. Deswegen habe ich mich nach langer Abwägung und Produktvergleichen für dieses Teil hier entschieden, was es ist und warum ich mich dafür genau entschieden habe, dazu später mehr. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es erstmal egal ist, welches Tablet man nutzt, denn die Lösung, die ich dir jetzt zeige, die sollte für jedes Modell kompatibel sein. Ein weiterer Vorteil des Tablets ist auch, dass ich hier direkt einen Akku integriert habe. Also falls du jetzt keine Steckdose in der Nähe haben solltest, ja, zugegebenermaßen, das ist jetzt definitiv nicht optimal. Aber mit einem Tablet ist es natürlich trotzdem möglich, das Display ortsunabhängig überall dort zu betreiben, wo es eben hin muss. Und ich muss es dann eben nur regelmäßig laden. Gut, soviel zur Erklärung, warum, weshalb und so weiter. Jetzt geht es aber in die Praxis. Als erstes starten wir damit, die Steckdose zu montieren. Bei mir habe ich den großen Vorteil, dass die Steckdose auf Augenhöhe ist. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, kein Problem, wenn die zum Beispiel unten am Boden ist, kannst du das Ganze auch so durchführen, wie ich das jetzt vorhabe und kannst dann einfach das Kabel mit einem Kabelkanal nach oben hin verlängern. An der Stelle aber wie immer der Hinweis, wenn du nicht qualifiziert bist, eine Steckdose anzuschließen, dann hol dir entsprechend jemanden zur Seite, der die Qualifikation dafür hat. Und natürlich wie immer die Sicherheitsregeln beachten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir jetzt oben rechts. Wir brauchen hier eine Steckdose mit USB-Ladefunktion und da habe ich festgestellt, dass die Steckdosen von den üblichen Herstellern aus den Standardprogrammen oftmals eine geringere Stromstärke haben. Also ich habe jetzt hier eine Steckdose, die hat 2 Ampere Ausgangsstrom. Mindestens 1 Ampere würde ich dir empfehlen, besser sind natürlich 2 Ampere. Ansonsten gibt es gar nicht viel zu sagen. Steckdose anschließen, Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter. Das Ganze wird in die Unterputzdose eingeschraubt und damit ist die Steckdose schon montiert. Als nächstes kommt jetzt dieses USB-Kabel hier ins Spiel. Und zwar habe ich mich dafür eins entschieden, was so einen abgeflachten Stecker hat, so einen Winkelstecker hier, weil ich dann eben nicht diese hohe Aufbauhöhe hier habe. Weil das, was ich vorhabe, ist folgendes. Dieses Tablet soll dann die Steckdose nachher so verdecken, damit das entsprechend ein bisschen schöner aussieht. Und dazu habe ich mir diese Halterungen hier bestellt. Die sind 3D gedruckt. Ich habe selber leider keinen 3D-Drucker, deswegen musste ich mir die bestellen. Und das funktioniert eben so, dass das Tablet hier in diese Nase eingeführt wird. Klemmt sich dann hier so fest. Dementsprechend auch universell einsetzbar für jedes Tablet, für jede Größe, für jeden Typ. Und die möchte ich jetzt eben hier rechts und links montieren und dann das Tablet hier davor setzen. So sieht das Ganze dann eben aus. Das Tablet wird hier in diese Nase eingeführt und dann kann man das einfach entsprechend so hier montieren. Was ich jetzt allerdings schon sehe, ist, dass ich zu weit von der Wand weg bin. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen was drunter bauen. Im Prinzip müsste der Steg hier einfach ein bisschen dicker sein. Also ich sage mal mindestens so. Das Problem ist, ich habe selber keinen 3D-Drucker. Sonst könnte man sich das jetzt schön drucken. Aber falls du ein stolzer Besitzer eines 3D-Druckers bist, dann kannst du das natürlich ganz entsprechend deinen persönlichen Ansprüchen und Anforderungen so drucken. Den Vorteil habe ich hier leider nicht. Übrigens, falls du einen 3D-Drucker besitzt und das Ganze bei dir sowieso bauen willst, dann würde ich mich und wahrscheinlich auch viele andere darüber freuen, wenn du einfach mal die Datei zur Verfügung stellst. Schick mir die einfach gerne zu und ich stelle die gerne zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dann kann auch jeder andere davon profitieren. Ich habe mir jetzt einfach hier aus Holz so einen Unterbau geschnitten, den ich jetzt an die Wand so festübe. Und da drauf schraube ich dann eben die Halterung hier, wo das Tablet dann eingesetzt wird. So, die Halterung ist montiert und jetzt kommt der große Aha-Moment. Und fantastisch, es passt sogar. Das sieht doch schon mal richtig cool aus. Theoretisch wären wir jetzt hiermit schon fertig, weil wir jetzt einfach das USB-Kabel nehmen können und an der Seite einstecken, das Ganze hier noch ein bisschen schön verstecken und dann ist das Ganze schon einsatzbereit. Aber ich möchte hier noch ein bisschen was Smarteres machen, weil ich eigentlich keine Lust habe, jedes Mal das Kabel hier rumzufummeln. Und deswegen kommt jetzt folgendes zum Einsatz und zwar dieser QR-Charger. Den möchte ich jetzt irgendwo an der Stelle positionieren. Und auf der anderen Seite brauche ich an meinem Tablet sowas hier. Das ist nämlich ein QR-Receiver. Der wird einfach hier über USB angeschlossen. Dann legt er hinten auf. Und damit kann ich das Ganze über den QI-Receiver und den QI-Transmitter auch kontaktlos laden. Das hat den großen Vorteil, dass ich das Tablet einfach wieder rausnehmen kann, reinnehmen kann. Ich kann das mit auf die Couch nehmen, weil wie gesagt, ich finde es ein bisschen überflüssig, einfach nur zur Darstellung das Tablet hier an die Wand zu nageln. Viel cooler wäre ja, dass wenn man es einfach mitnimmt, auch mal Netflix damit gucken kann. Und wenn man abends das Ganze nicht mehr braucht, dann stellt man es einfach zurück hier sozusagen in die Ladeschale. Dann wird das über Nacht geladen. Und das Ganze kann ich dann auch sehr flexibel und individuell nutzen. Und das Ganze werde ich jetzt versuchen aufzubauen. Ich muss hier wieder ein bisschen was unterbauen, damit wir hier entsprechend Kontakt bekommen, beziehungsweise das relativ nah aufeinander liegt. Aber ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Damit das Ganze nicht so blöd hier rumbaumelt, werde ich das Tablet einfach in so einen kleinen Bumper hier reinpacken. Damit kann ich nämlich gewährleisten, dass dieser QI-Receiver immer an der gleichen Stelle ist und genau positioniert ist über dem QI-Transmitter. Ich werde jetzt als nächstes diesen Wireless Charger hier erstmal, damit ich das vernünftig positionieren kann, einfach mit so einem doppelseitigen Klebeband hier einmal befestigen. Ich habe vorher, um das vernünftig auszurichten, einmal den QI-Charger mit dem Tablet aufeinander gelegt und positioniert und geguckt, an welcher Stelle das am besten passt. Da ein kleiner Tipp, nehmt euch da mal 10 Minuten Zeit. Es ist ein bisschen gefrickelt, muss man sich ein bisschen anzeichnen, ausmessen und dann passt es aber eigentlich ganz gut. So, ich habe mir gerade überlegt, die Sekundenkleber ist doch nicht ganz so cool, weil es einfach zu schnell trocknet. Deswegen habe ich hier einfach ein bisschen transparentes Silikon drauf gemacht. Das Ganze versuchen wir jetzt nochmal grob zu positionieren und das Tablet dann direkt reinzustecken. Und ich hoffe, dass ich damit das Ganze jetzt positioniert bekomme. Und hier sehen wir das Ladezeichen. Jetzt heißt es, Finger weg. Silikon braucht ein bisschen, bis es angetrocknet ist. Aber ich habe ja den großen Vorteil, dass das hier alles schön eng an der Wand verbaut ist. Das heißt, es hält von alleine. Wie gesagt, wichtig ist, dass dieses Symbol hier zu sehen ist. Das ist das Ladesymbol. Und wie gesagt, wir hätten einfach 2-3 Stunden oder vielleicht über Nacht sogar trocknen lassen. Und dann sollte das Ganze passen. Das Ganze ist jetzt lang genug getrocknet. Ich denke, es müsste alles fest sein. Schauen wir uns das mal an. Ja, also das hier sieht man, ist bombenfest. Wunderbar. Muss ja ehrlich gesagt auch nicht viel aushalten. Hier ist ja kein großer Druck drauf. Aber es sollte halt nicht von der Wand kommen. Ja, worüber wir uns jetzt noch gar nicht unterhalten haben, ist, was das Teil hier eigentlich genau ist. Und darum geht es jetzt. Also wer ein bisschen aufgepasst hat, der wird schon festgestellt haben. Das heißt, es hier so ein bisschen anders aussieht als bei einem normalen Tablet. Das heißt, ich bekomme hier so eine kleine Werbeeinblendung. Und das ist eigentlich schon ein Indiz dafür und eine Charakteristik von diesem Tablet. Das ist nämlich das Fire HD von Amazon. Also das Tablet, was exklusiv von Amazon vertrieben wird. Und ich sage dir auch gleich, warum ich mich genau dafür entschieden habe. Aber vorher vielleicht noch mal ein paar harte Fakten zu dem Tablet an sich. Was ist drin? Was kann das Ding? Und ja, warum habe ich mich dafür genau entschieden? Also zuerst mal muss man sagen, gibt es diese Tablet in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Größen. Einmal in 7 Zoll, einmal in 8 Zoll und einmal in 10 Zoll. Ich habe mich hier für die 10 Zoll Variante entschieden. Würde ich dir, wenn es um die Smart Home Steuerung zu Hause geht, auch empfehlen. Weil alles, was kleiner ist als 10 Zoll, ist dann eben auf die Distanz doch einfach klein. Was steckt in dem Teil hier? An Prozessor ist hier ein Octa-Core mit 2 GHz und 2 GB RAM verbaut. Meiner Meinung nach reicht das definitiv für eine ganz einfache Smart Home Steuerung, Darstellung, wie wir sie brauchen. Aber das Ding kann natürlich noch viel, viel mehr. Und ja, zu dem Display hatte ich ja eben schon mal was gesagt. Es gibt das Ganze in 10 Zoll. Ich beziehe mich jetzt hier auch auf die 10 Zoll Variante. Das ist ein IPS-Display in Full-HD-Auflösung. Wir haben also hier 1080p. Dann gibt es das Tablet in zwei Ausführungen, was den Speicher betrifft. Nämlich einmal als 32 GB Variante und einmal als 64 GB Variante. Ich habe mich hier für die 32 GB entschieden, weil mir das einfach reicht. Wie gesagt, wir sprechen hier rein um eine Smart Home Steuerung. Das heißt, hier müssen auch keine großen Daten abgelegt werden. Wer das Tablet aber, und das ist eben der Vorteil an dieser Konstruktion, die ich halt auch habe, dass man das Ding ja auch anderweitig nutzen kann. Wer da jetzt also Bedarf hat, noch mehr Daten drauf zu speichern, Filme und so weiter, Fotos und was weiß ich, der kann natürlich auch zu der 64 GB Variante greifen. Neben die immer noch zu klein ist, es gibt auch die Möglichkeit, eine externe SD-Karte einzulegen. Und damit kann man den Speicher dann um 512 GB maximal noch erweitern. Ja, dann gibt es zwei Kameras. Einmal eine 5 Megapixel Kamera als Hauptkamera und die Frontkamera mit 0,9 Megapixel. Dann hat das ganze Teil auch einen Lautsprecher. Das heißt, ich kann damit auch Musik oder Videos abspielen, logischerweise auch nicht schlecht. Dann ist das Ganze auch noch Alexa-kompatibel. Ja, wen hätte es gewundert, das Ding kommt eben von Amazon. Also wird auch Alexa unterstützt. Zusätzlich habe ich noch Bluetooth 4.0, was unterstützt wird. Brauche ich jetzt persönlich nicht, aber es ist halt dabei. Und von den Anschlüssen kann man sagen, es gibt einen Klinkenanschluss. Das heißt, ich kann Kopfhörer und so weiter anschließen. Ich habe einen USB-C-Anschluss, der dient auch zum Laden des Displays. Wichtig eben, wenn man sich den QI-Ladeadapter kauft, also den Receiver, dass der eben einen USB-C-Anschluss haben muss. Und dann eben noch den MicroSD-Speicher-Slot, wo ich eben meinen externen Speicher noch erweitern kann. Akku gibt es natürlich auch und ich habe jetzt leider nichts zu der Kapazität gefunden, aber Amazon sagt, dass hier mit einer vollen Akkuladung zwölf Stunden lesen, surfen und so weiter möglich ist. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf Vor- und Nachteile von dem Ganzen eingehen. Also fangen wir erst mit den Nachteilen an. Der größte Nachteil in Anführungsstrichen oder das größte Thema, wo man glaube ich darauf hinweisen muss und darüber sprechen muss, ist eben, man sieht es auch hier, es gibt kein Standard-Android-System, was hier drauf läuft, sondern Amazon hat hier ein Fire-OS-Betriebssystem installiert. Das bedeutet, das sieht hier alles ein bisschen anders aus als bei Android. Es ist relativ ähnlich, es gibt auch einen App-Store, aber es ist eben kein original Google-Store. Und man kann sich hier auch wie beim Google-App-Store entsprechend Apps-Spiele und so weiter runterladen. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Die Standard-Apps kann man hier auch alle runterladen, also DAZN, Disney und so weiter, die ganzen Mediatheken, das läuft alles. Netflix natürlich auch. Also es ist eigentlich alles dabei, was man braucht und für unsere Smart-Umsteuerung sowieso. Dafür brauchen wir ja nur einen Browser. Aber damit fängt es schon an. Es gibt halt den Original Amazon Silk Browser, nennt er sich. Der sieht hier so aus. Und ja, damit lässt sich dann ganz normal unsere Smart-Home-Steuerung hier auch bedienen, darstellen und so weiter. Das geht alles, ist alles kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt einen Chrome oder sowas braucht, dann ist das jetzt nicht so ohne weiteres möglich. Ein weiterer Nachteil, ich sage das hier einmal, wenn man das eben ausmacht und wieder einschaltet, dann bekomme ich jedes Mal hier so eine kleine Werbeanzeige. Also mir werden dann irgendwelche Filme, die aktuell auf Prime oder sowas laufen, angezeigt oder irgendwelche andere Werbung. Die muss ich einfach einmal wegschieben und dann bin ich ganz normal im Tablet wieder drin, auf meiner Oberfläche. Ja, das muss man eben wissen. Allerdings gibt es dieses Tablet auch in einer Version ohne diese Werbeeinblendung. Die kostet dann eben 15 Euro Aufpreis. Für mich ist das jetzt kein großes Problem, deswegen habe ich die einfach mit Werbung genommen. Wen das nervt, der kann sich eben die Version ohne Werbung beschaffen. Da muss man wissen, es gibt keinen Umgebungssensor. Also das heißt, ihr kennt das vom Smartphone oder sowas. Wenn draußen sehr starkes Licht ist, Sonneneinstrahlung, dann geht die Displayhelligkeit entsprechend hoch. Und wenn ich abends zu Hause bei gedimmtem Licht sitze, dann geht die Displaybeleuchtung entsprechend ein bisschen runter, damit ich eben nicht so angestrahlt werde. Und dieser Umgebungssensor, der fehlt eben hier beim Fire HD Tablet. Ist es nachteilig für unsere Smart Home Steuerung? Nein, ist es nicht. Ein weiterer Punkt, den man noch nennen muss, ist, dass dieses Tablet hier nur WLAN unterstützt. Das heißt, wer jetzt das Ding wirklich mal mitnehmen will, unterwegs, im Auto, im Zug und damit online gehen möchte, der kann hier nicht mit einer SIM-Karte ins 4G oder sogar ins 5G-Netz wechseln und dann online sein, sondern der müsste sich dann mit seinem Smartphone einen Hotspot aufmachen und das Tablet dann mit WLAN verbinden. Finde ich jetzt auch keinen riesen Nachteil für die Smart Home Steuerung zu Hause, sowieso nicht, weil das Ganze soll ja wirklich lokal bei uns betrieben werden. Dort ist WLAN und von daher sehe ich das jetzt nicht so als großen Nachteil. Weitere Nachteile habe ich jetzt persönlich nicht festgestellt. Wenn dir noch irgendwas einfällt, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier aber eine ganze Menge von Vorteilen und darauf will ich hier einmal kurz eingehen. Das Erste ist die Akkulaufzeit. Ja, also Amazon gibt es ja an auf seiner Webseite, zwölf Stunden lang lesen, surfen und so weiter. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Langzeittest gemacht, wo ich zwölf Stunden lang nur gesurft habe. Deswegen kann ich leider nicht sagen, ob das wirklich zwölf Stunden oder nur elf und halb sind. Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich habe das Tablet jetzt auch einmal vollgeladen und im täglichen Gebrauch mal getestet mit ein bisschen surfen, ein bisschen E-Mails, Filme gucken und so weiter und musste das Ganze dann einmal in der Woche ungefähr aufladen. Wie gesagt, wenn man es weniger nutzt, dann ist die Laufzeit noch länger. Was ich auch noch cool finde, ist das Display. Also das Display ist echt hell, scharf, hat echt satte Farben. Also genau das, was mir irgendwie auch wichtig war. Hat eine gute Auflösung und außerdem ist das ganze Teil auch sehr dünn. Also es passt auch gut in die Halterung hier rein. Ja, alles Sachen, die ich eigentlich positiv finde. Und dann natürlich den externen SD-Kartenslot. Wie gesagt, auch für die Smartphone-Steuerung überhaupt nicht wichtig, weil da legen wir keine großen Daten ab. Aber wer trotzdem mal das Teil mitnehmen will in Urlaub, Filme gucken, Musik draufladen und so weiter, ist alles möglich, kein Problem. Okay. Ja, und zu guter Letzt, der, glaube ich, größte Vorteil dieses Tablets und das war dann auch letztendlich der Grund und mitentscheidend dafür, dass ich mich dafür entschieden habe, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also dieses Teil hier kostet in der Version, wie ich es habe, also mit der Werbeeinblendung, 10 Zoll, 32 GB Speicher, ungefähr 150 Euro. Wenn man dann ein bisschen mehr speichern möchte oder die Werbeeinblendung eben nicht mehr möchte, dann muss man auf eine andere Version gehen. Aber trotzdem, wir sind hier unter 200 Euro und ich finde für die Performance, für die Leistung, für die Komponenten, die hier verbaut sind, mit dem Display, mit der Größe und so weiter, ist das ein absolut super Preis. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, auf jeden Fall deutlich günstiger als ein anderes System, was ich für mehrere hundert Euro dann eben einfach nur an die Wand schraube, dann ist das da festgenagelt. Ich kann es für nichts anderes mehr benutzen. Das war für mich keine Option. Natürlich, Thema Preis-Leistung, du darfst hier keine Performance erwarten, wie bei einem, ja ich sag mal, iPad Air oder sowas. Aber dafür kostet das Teil hier, wie gesagt, 150 Euro und keine 700. Von daher muss das Verhältnis auch irgendwo passen. Und nochmal, für unsere Smart-Umsteuerung brauchen wir keine große Rechenpower, wir brauchen keinen Speicher. Es ist aber trotzdem alles hier in dem Fire HD-Tablet. Von daher finde ich das Teil super und ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall noch nicht bereut. So, ich habe das Tablet jetzt ziemlich genau drei Wochen im Einsatz und ich möchte mit dir noch zum Schluss ein Fazit ziehen, weil ich habe ein paar Sachen geändert. Jetzt funktioniert alles optimal und die möchte ich gerne mit dir noch einmal teilen. Das erste, was ich gemacht habe, ist ein bisschen was an der Hardware zu ändern. Ich hatte vorher diesen Receiver hier verbaut. Da habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass der nicht wirklich gut war. Der hat zwar geladen, aber der war ziemlich langsam und wurde auch warm. Also Wirkungsgrad war nicht so toll, deswegen habe ich mir was anderes besorgt und zwar diesen hier. Den habe ich jetzt getestet mit dem QI-Transmitter und die Kombination funktioniert wunderbar. Also, falls du da nicht rumprobieren möchtest, so will ich. Die Kombination habe ich getestet und die funktioniert auch. Dann gibt es zwei Sachen, die mich noch gestört haben. Und zwar das eine, ja, ich habe wirklich ein paar Apps gebraucht oder wollte die einfach nutzen, die es beim App Store hier bei Amazon nicht gab. Beispielsweise diese Sonos-App, um meine Multiroom-Lautsprecher zu steuern, ist leider nicht alles verfügbar. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und das zweite ist, ja, tatsächlich diese Werbeeinblendung, dass ich jedes Mal hier swipen musste. Das hat mich am Anfang gar nicht so gestört, aber irgendwann nervt es dann doch. Und für die zwei Sachen habe ich einfach eine Lösung gesucht. Und du siehst es hier schon, ich habe tatsächlich den Play Store auch auf dem Fire-Tablet installieren können. Das ist aber nicht alles. Ich zeige dir jetzt noch was. Du siehst, das Tablet befindet sich jetzt im Standby-Modus, ist also aus. Und vorher war es ja so, dass man immer oben links den Knopf an der Seite drücken musste, um das Tablet aus dem Standby zu erwecken. Und jetzt ist es so, ich hoffe, man sieht das, wenn ich mich mit der Hand dem Tablet näher, dann, ich habe hier nirgendwo gedrückt, dann geht das Display direkt an. Das heißt, ich sehe hier auch keine Werbeeinwendung mehr. Sondern ich bin direkt auf meiner Smart Home-Oberfläche und kann eben entsprechend hier dann mein Smart Home steuern. Ich glaube, das Video hat jetzt mittlerweile schon eine ordentliche Länge erreicht. Deswegen möchte ich das jetzt nicht alles hier noch in die Länge ziehen. Ich habe das Ganze in so einer kleinen Anleitung zusammengeschrieben, die du dir runterladen kannst. Dort müssen eben einige Einstellungen im Tablet vorgenommen werden. Es gibt auch ein paar Tools, die man dazu runterladen muss. Die Tools sind aber kostenfrei. Wenn du das bei dir umsetzen möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es den Link und da kannst du dir für wenige Taler die Anleitung runterladen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wenn du dich für weitere Smart Home-Themen interessierst, dann schau dir doch mal eins meiner nächsten Videos an. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ansonsten sei smart und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns da.